Durchmesser von satten 8 Metern. Und wir hier in Hamburg, wir sind sogar richtig stolz auf das Gewicht. Man kann da drinnen natürlich heiraten, aber laut Brauch bis heute tatsächlich noch, muss der Mann dann, wenn man das vorhat, seine Schwiegermutter, die 452 Stufe in den Hockeypark auf die Aufsichtsplattform hinauftragen. Und in Hamburg wird das ziemlich liebenvoll einfach nur den Drachen steigen lassen, wir nennen es. So, liebe Gäste, bevor die Schleuse zumacht, fahre ich nochmal schnell hier hinein und offensichtlich noch rauf. Zur LR Schleuse von 96 fahren wir hier in den Reinstieg hinein. Ich muss mir jetzt ein bisschen Gas geben, also ob wir es schaffen, wie die Stunde nicht. Und haben wir hier rechts, versteht ihr mich noch, wenn ich ein bisschen Gas gebe? Ich bin hier mal verständlich, alles klar. Rechte Seite haben wir hier zu sehen.